so willkommen zurück nach der chaos nacht ja ich freue mich tierisch man weiß gar nicht wo man anfangen sollte gehen wir mal kurz rein und tun mal kurz mal hier so schadensbegutachtung innen machen ja hier unten sind es es ist sogar noch holzblöcke hier an dem turm unten sogar gleich außer die haben das weggeschlagen das fällt dort stein abnähe da gibt der komplette block kaputt stimmt genau der stimmt genau der fällt ja nicht auf holz zurück sondern der fällt dann gleich also der ist dann ganz kaputt der block die pilze sind nur da die bitte sind da ok kurz mal schauen wegen ne ist auf default das kann man schaut wie dieses kuschel aus irgendwie also was wir gelesen haben haut irgendwie kann man kann diese noch da und man ich baue die grad ab und da sind neue sporen ja aber wenn du jetzt auch du musst genau auf den pilz in der mittel schlagen wenn du jetzt auch mal irgendwann das kann ich auch selber machen wenn man jetzt auch es holen es ist so eine spore weg box ob ich die dann jetzt hier wieder setzen kann kann ich ja also hier auf die auf den stein geht also nach wie vor ok ok kartoffeln oh ja hier haben wir einiges verloren wir passen dahin 1 2 3 6 kartoffeln vielleicht hier noch hinten ist eigentlich gar nichts und hier ist auch nichts wir haben eigentlich nur kartoffeln verloren so wie ich das hier sehe ja auch irgendwas anderes sein können na gut ja gut und eben die lagerfeuer ob wir auch ich hatte tatsächlich scheinbar knapp knapp 120 mineralwasser angesetzt aber die sind auf jeden fall noch da trinken fertig ist heute hau ich heute mal hier rein hier das mineralwasser ja aber möchte ich darf man den juckersaft aufbrauchen bevor ich hier mit mineralwasser anfangen habe ich ich brauche gerade was zu trinken ja nämlich nur für wasser mit ok plan okay wir brauchen wir brauchen ja wir brauchen alles angeschlagen naja gut das soll die kiste müssen wir machen die kiste brauchen die die können wir gleich innen dann eine in beschlag nehmen und die film warte mal hast du noch irgendwo wo ist meine spitzhacke hin ich hab dir damals noch eine fünfer gegeben glaube ich habe ich nicht hier drinnen bei werk oder werkzeuge er hier bei werkzeuge werkzeugmots hier oben da ist noch eine fünfer spitzhacke drin aber das ist denn die was weil ich habe nämlich hier mit ich habe nämlich inzwischen mal eine sechser gefunden willst du willst du willst du den erdbauer haben wir müssen jetzt sowieso zusammen losrennen und ogern gehen also egal ach so und du hast ja vor allen dingen bist ja schon bei meiner sex hinein so war ich habe sechs punkte das findet man jetzt kann man noch ausnutzen ich bin mal kurz noch ich tue ich immer kurz die verlorenen kartoffeln dingsen hier habe ich hier habe ich in den kaffeesamen hier weg geboxt potato hier finden auch welche ich habe hier ich habe das war tatsächlich erst kaffeesamen hier ich dachte ich kann das ist schon ein fertiger kaffee hier so mal die mal schauen wie viel fehlen 1 2 3 4 5 6 da brauche ich doch noch einen wird machen wir noch einen 7 gut also kartoffeln sind wieder hergestellt es wird alles da jawohl juhu gut dann ja so traurig wie es ist aber dann fahren wir mal halt in die nächste grobe und buddeln ja warte so haben wir irgendwo noch reparatur kit ich du kannst habe ich so viel habe ich so viel verbraucht ich habe mir die hälfte gegeben ja ach so deswegen habe ich jetzt plötzlich so wenig weil ich weiß ich habe irgendwo hier haben wir noch welche schaut aber ich bin nicht ich könnte man nicht gibt über die hälfte darf ich habe es auf dem boden geschmissen hast du genug sprit dabei sprit habe ich kein stück so das ist in ordnung weil ich wollte sogar die brücken sind halb angeschlagen gewesen stehen unsere unsere fahrzeuge noch hätte er noch gedacht dass die so drauf hauen das hätte auch noch gefühlt wenn es die auch noch hier in die falsche richtung arbeite ich hier und die garage ist auch schon angeschlagen so tun wir mal schnell die lagerfeuer hier setzen meine fresse pack 15 ab jetzt haben die auch ausgerendet das scheiß lagerfeuer kaputt gemacht da wo er da wo hier da wo die ganzen töpfe drin waren weil er ich habe in einem lagerfeuer habe ich hier und nein man kann es ja glaube ich herstellen ja in der schmiede aber dafür bräuchten iron in der schmiede 21 glas blöcke haben wir hier noch die sind hier noch in der schmiede noch drin ok und hier ist ja auch die eisenform hat er gerade den er den kompletten sand hier gemacht er den kompletten die kompletten steine auf einmal in umgewandelt freundlich du weißt doch hier äh du gehst äh du gehst hin äh und drückst hier auf äh auf diese maximum dingsbums gell ja und dann ist aber immer noch äh stein drin und dann kannst du noch mal äh zement herstellen und dann kannst du noch mal zement herstellen und jetzt habe ich hier einmal auf maximum gemacht und der tatsächlich auf einschlag gleich den kompletten steine umgewandelt aber es durchgelaufen ist na ok wenn du das nächste mal das nächste mal rein gehst du weißt was ich mein äh wo weiß eisen drin hier ist iron noch mal topf jetzt so schreibt man nicht topf so schreibt man topf so fertig also wo ich bin 3 das tun wir mal kurz beenden äh den grill kommt die kommen auch ganz schön warte 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 kurz vorstelle warte ich krieg besuch ok ganz klar ich will noch kurz ähm die lagerfeuer hier wieder an start bringen stell die gleich ins haus bitte ach so äh ja jetzt habe ich es schon jetzt habe ich es draußen schon aufgebot nee weil da muss ja dann auch die wo äh wo hätte man in den platz weil äh ich würd ach so äh ja das wird schwierig ich schau mal nochmal äh weil äh da hinten immer hier ist ja das hier da kommt sicherlich vielleicht noch ein paar betonischer hin vielleicht noch ein paar schmieden denk ich mal ähm auf die kante die wir da hoch gebaut haben ja wenn man die chemische zu tun die könnte man zur not auch irgendwo an die wand stellen oder so ähm aber das mal jetzt anders hier nägel nägel zack nägel nagel rezepte äh wo ist denn storage da vier zack seins vier zack kochgrill dankeschön soo nummer vier und nummer vier das ist gar nichts hier ok suche ich mal ein schönes Bleckchen zum brutzeln ja du machst so eine zentrale feuerstelle so so eine zentrale ja gut zentral ist ja hier die ich könnte ich könnte es auf der rückseite machen ok ach ich mach es doch einfach hier auf der rückseite oder 1 2 3 4 genau die ganzen glasblöcke sind im arsch ich wollte das eigentlich alles zu machen n m weil der Wärmer noch mal nicht noch mal eine Sekunde safer wenn wir da komplett die glasblöcke rumgeballert hätten aber gut wir haben mit 50 Stück kannst jetzt die gleich was anfangen hm 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 okay so so jetzt weiß ich immer noch dein Plan nie irgendwie das man safe da oben ist ja das ist das ist nicht so wichtig weil das das ist dann eh erst wenn es so weit ist ja ja beim nächsten blut munter trinken herstellung schließen und wir brauchen ganz dringend mit der oga her motor parts wie viel hat mir da Kann ich das nicht, aktuell nicht sagen. So. Äh, weit dann hier. Ja, und was uns halt auf jeden Fall gefehlt haben, waren die, ähm, Shotgun, Shotgun Turrets oben. Ja, ja, die haben auf jeden Fall gefehlt, ja. Die hätten uns richtig mal in Arsch gerettet. Ups, falsch. So, wollen wir mal essen. So, äh, Kartoffeln haben jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich würde trotzdem mal ein bisschen was herstellen. Hast du Samen draus oder was? Oder? Ja. Ach so, na schon mal, äh, hier hab ich doch noch, äh, Kartoffeln. Ne, ne, äh, ich hab, ich hab schon Samen hergestellt. Also, äh, praktisch, äh, die, die wir hier verloren haben. Äh, diese... Sieben, sieben Stück um uns. Er hat geschrien. Scheiße. Oh. Nein, wieder falsche Taste. So. Äh... Ja, richtig. Mhm. Oh Gott. Ja, auch du wirst bedient, mein Freund. Geh weg. So, dann müsste eigentlich noch was grünes kommen, oder? Ah. Ja, komm schon. Ja, auch du darfst in das Loch fallen hier. Ich werde dich herzlich begrüßen. Oh nein, schon wieder geschrien. Oh nein, schon wieder geschrien. Das macht total Spaß hier gerade. Ja. Und du helfst mal. Kopf dicht. So. Oben gucken. Oh, apropos, äh, apropos. Hier kommt grad nix mehr. Okay. Na, bei mir sind wir auch grad hier, äh, besuch. Guck mal, hier ist ein Weg. Achso, die, äh, wenn sie schon im Graben ist, dann kommt sie da jetzt nicht mehr hin. Hallo. Weg. Und so. Bist'n du? Die ist innen! Achso, klar. Innen gespawnt, oder was? Nee, nee, nee. Die ist, äh, höchstwahrscheinlich durch den Tunnel gelaufen. Den wir jetzt auch möglichst bald dicht wachen müssen, weil... Achso. Achso, klar. Innen gespawnt, oder was? Nee, nee, nee. Kommt der. Ja. Ja. Äh, wo ist denn der Nächste? Hier. Oh, okay. Ja, den Tunnel müssen wir dicht machen, das stimmt, ja. Ich wollte aber buddeln hier. Ach. Oh, da kommt noch mehr. Echtes hat kein Holz mehr. Achtung, okay. Zumindest das hier mal dicht. So professorisch. Hübs. Nein, nein, was mach ich denn? das war jetzt schon der siebte oder achte jahr was schreierlos also weiß jetzt immer gewollt hat deswegen falle ich da und runter weil ich wollte hier noch leitern fehlen das ist der zehnte des der elfte hat es dann irgendwann mal auf oder eher nicht und die latschen immer noch darum kommt runter wenn du was wollt und ein das wieder geschrieben darf man jetzt nicht nur buddeln oder wird ja wo ist denn hier alles drin das beide noch da klar natürlich die die scheiße von gestern weiter so ich gibt ja auch meine party wenn es nie gerade lecken würde würde ich eine party geben darf ich jetzt weiter buddeln das wäre schön danke okay Oh, dude. Was soll ich noch? Achso, ich will noch mal 67. Äh, scheiße. Brauchst du wieder Muni? Ich? Ich brauch keine Muni, ne? Nee, baust du Muni? Achso, nee, nee, ich wollte eigentlich nichts was machen. Ich wollte eigentlich ein bisschen betonen noch nicht. Nimm mal hier mal kurz. Aber tu mir mal, tu mir mal bitte gefallen, nimm mal oben aus der offenen, die draußen steht, aus der Chemiebank den ganzen Schießpulver raus. Weil? Ja, wenn die jetzt noch hochgeht, irgendwie durch einen ganz dummen Zufall, dann ist das ganze Schießpulver weg. Also? Das war das, was ich sehe. Das war das, was ich sehe. Die wird ja bestimmt auch angeschlagen sein, die Chemiefabrik da. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, keine Ahnung. 173? Achso. Brauch ich sowieso deutlich mehr hier. Was ist denn der ganze... Ich brauch... Wo ist denn jetzt mein Sand? Habe ich den irgendwo hingetan? Hä? Das anfang hat man eigentlich genug, ne? Da ist ein bisschen Betonmischen. Hm. 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 Ne, Sand haben wir leider nicht genug. Den Mixer? Ne mehr? Doch. Da hab ich dann auch gesagt gesehen. Schau grad mal rein. Ne, die sind alle leer. Scheiße. Okay. Das kann man machen. Ich mach ja mal... Ich mach ja mal... Okay. Okay. Öhm. Hm. Hm. Komm schon. Komm schon. Hm. Gut. Also ich bring erstmal drei Tonnen Eisen mit. Hm. Ah, hier sind die, äh, die, äh, die Glasblöcke. Hä? Haben wir die doch gesaved? Äh, du scheinbar. Weil ich, äh... Gott sei Dank. Hab jetzt grad mal hier in, äh, in eine Kiste geschaut, die was eigentlich leer sein sollte. Und dann seh ich da drin, da sind 64, äh, Dinger drin. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott. Ist gut. Siehste? Das war mein Unterbewusstsein. Okay. Äh, warte mal, ich kann ja drinnen... Das hat gesagt. Und die schreit schon wieder, ey, fick dich doch ins Knie, du blöde Uschi. 85, ähm, haben wir von diesen Glasteilen. Oh, selbst, selbst hier drin haben sie hier, äh, den Block kaputt gemacht, die Arschkrampen hier. Waren die im Haus? Ja, äh, 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 der eine Holzblock und der eine von, äh, von den Schmieden, äh, war beschädigt. Haben, haben die das, äh, haben die das von draußen beschädigt oder was? Kann eigentlich fast nicht sein, oder? Theoretisch muss man rein, aber die Türen, die Türen waren ja ganz, ne? Keine Ahnung, weiß nicht, egal. Toll. Hm, naja, ganz mal fertig. Da komm, du kannst jetzt auch noch mal da kommen, hier. Oh. Okay, lange kann ich das hier aber auch nicht mehr machen. Klatsch. Kommt du auch noch. Was willst du denn? Kommt zu. Ich würd jetzt gern buddeln, danke. Danke. Haha. Okay. Olha só. Geschwister, los Perònggeräusche, los пок colle und aufhörbar. Wirkgüter... Vielen Dank.